ja die jungen buhren sind richtig am start hier ich bin auch sehen ob es geht für stanz hier hätten hier sind hier jetzt nach unten wenn wir mal oben alles oben haben hey die ist ein adulter ein kommunist zu besandt weil die haben alles I hate Kate Die suchen also nicht alle, wer am schlimmsten ist Die schlimmste Person Nicht unbedingt der bliebeste ist, sondern der schlimmste Person Die wollen die schlimmste Person opfern immer wieder Okay, habe ich schon gelesen Und das ist der Hintergrund dazu Die suchen die schlimmste Person raus Die alle, keiner mag Und die Person steht immer zur Wahl Ih, deine Artenen sind auf dem Boden Deine Arten gehört mir Gleiche Terminal Hinweis Wohlquartiere Gentleman's Ah hier von e-comic, okay Geht nur jetzt nur zu den Wohnblöcken Ich verstehe nicht warum der eine mit den Pfadern, also quasi anführungszeichen Pfader Das ist ein Gegner hier Kammer Jäger Krücke Sanikasten Sanikasten Zerkes ist leer Gehts auch nach unten Gehts auch nach unten Gehts auch nach unten Gehts auch nach unten Hier entkommst du nicht Hier entkommst du nicht Schwer Splash Na klar sind Rakuten hier Ich hab Ich hab Sicher Wieso haben sie überhaupt hier Schusswaffen Sicherheitskönle Amstenthebung Anzug Auszug aus den Befragungen unter Eid der Beklagten Catherine Stone durch Gerard Meils Rechtsanwalt und der Wort Frage Okay Machen wir mal weiter Wo wir aufgehört haben Kate Antwort Kate Catherine Frage Ach Richtig Verzeihung Catherine Vergessen sie immer wieder Vergess ich immer wieder Antwort Kate Nennt mich nur mein Ehemann Frage Sie erzählten uns Von einem Streit Den sie angeblich mit Roy Gottlieb Vom Block der Gerechtigkeit hatten Antwort Nicht angeblich Tatsächlich Das hatten wir doch schon Frage Er steht immer noch Ihr Wort Gegenseit Mrs. Stones Aber bitte Zum Streit Antwort Er sagte Bei ihren Meetings Sei der Name meines Mannes gefallen Frage Bei den Meetings Auf denen Beraten wurde Welche Kandidaten man befürworten wollte Antwort Antwort Ja Wollten sie befürworten Warum Wollten Wollte er Nicht Sagen Ja Aber Ja Sie wollten Ihn befürworten Aber warum Wollte er Nicht sagen Aber ich weiß Dass mein Mann Sich regelmäßig Mit einigen Von ihnen Zum Poker Traf Und letzte Zeit Hatte er Eine Glücksträhne gehabt Frage Und was soll Mr. Gottlieb Ihnen Ihren Aussagen Zufolge Angeboten haben Antwort Er sagt Er könne Seinen Block Umstimmen Die Unterstützung Verhindern Aber nur Falls ich Was ist Kuh Frage Nur falls sie Was Kathrin Antwort Nur falls ich Antwort Äh Frage Nur falls sie Zu sexuellen Handeln bereit werden Antwort Ja Frage Ging es denn Nur um Mr. Gottlieb Antwort Nein Um die ganze Führungsriege Des Blocks Ihre Freunde Frage Und sie Erklärten Sich Einverstanden Antwort Was hätte ich Denn tun sollen Sie hatten Die Mehrheit Frage Wie lange Ging es so Bevor Die Befürwortung Bekannt Geben wurde Antwort Ich weiß es Nicht mehr Einen Monat Vielleicht Frage Und Als sie Bekannt Wohnen Und man Ihren Mann Trotz Ihrem Angeblichen Abmachung Befürwortete Da beschlossen Sie Mitglieder Des Blocks Zu töten Antwort Ja Ich dachte Die Mehrheit War ziemlich Knapp Wenn ich Wenn ich Sie etwas Dezimieren Dezimierte Besonders An der Spitze Dann würden Vielleicht Jemand Anderen Gewählt Frage Falls Sie nicht Geschnappt Würden Antwort Ja Nein Mr. Miles Ich erwartete Erwischt Zu werden Das war meine Größte Meine große Chance Jetzt werde Sie mich Erwählen Sie mich Wählen Antwort Eine Geständige Mörderin Sie glauben Die Wähler Würden Es Riskieren Ihnen Einen Verhandlungsvollen Posten Zu geben Antwort Sie müssen Jemand Wählen Mit Ihren Gründen Dafür Leben Frage Ja Aber Sie Warten Sie Nur Ab Boon Ja Das ist ein Mehr recht Sein Und die Raketen Gab Es Noch Irgendwas Tricks Ihnen Geben Wollte Äh Die Stankes Hier Warten So Danke Es ist ja Schon Ange Wesentlich Alter Ist Dunkel Ja Wie gesagt Hier Will Jeder Gewählt Werden Das Merkt Man Hier Vollkommen Vielleicht Bekomme Glück Nochmal Alles Resetter Zu Bekommen Nervig Ne Ja Neustart Aber Merkte Wie Korrupt Und Wie Tiefgründig Die Anze Sache Hier Eigentlich Ist Mit Den Walls Immer Werden Liebig So Sehr Daran Weil So Düster Sie Anführt So So Einfach Abgefuckt Wie Wie Man So Leben Kann So Leben Muss Auf Einmal Ich Gerade Ich rate Einfach Scheiße Darf Ich Nicht Warum Die Jetzt Sauer Aber Rücken 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 Schmerzen Ich Ich Kann Das Ob Nicht Mal Lesen So Programmierung War Oder Glaube Ich Nicht Scheiße Schein Kleister Es Geht Mal So Bis Und Also Das Fingt Mal Unnöte Jetzt Aber Aber Man Muss Ja Halt Bisschen Engineering Nein Ist Nicht Der Wesen Gibt es Keine Weitere Tickets Scheiße Der Scheiß Random Factor Immer Hier Ich Will Ich Noch Schnell Beenden Hier Befolgen So Arbeit Gehe Ich Weiß Also Bisschen Zeit Dafür Nur Nur Eins Gehe Ich 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 Weiß Hmm. Schön, ja nix, weil ich sie viel löschen kann. Ach man, ist das nervig, ob ich es wieder reset, aber du reset. Ach, deswegen wird die durch mal was gehen. Was man halt so weit hier nicht machen muss unbedingt. Oh cool. Man merkt, dass man hier überall so einen Scheiß suchen muss, der nicht da ist. Ich hatte damals ein gutes Auge gehabt, dass ich halt alles sehr schnell gefunden habe. Zion. Einmal mal Zion. Zion, Zion, Zion. Das hier. Auch wieder Zion. 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 nicht die zion gewesen weil andere worte sie sind cool cool eine halbe stunde es ist kacke ich würde ja noch schaffen leute bitte ja abgleichen zu sehen wird ausgemacht habe das jetzt machen da hat meine augen viel besser gewesen masterful also das ist hier falsch das ist auch falsch alles mit d anfängt ist falsch die wollen wir verarschen am ok alles was seitenscheiß wort oh nur fuhr endlich schloss und riegel bleiben wir noch mal den scheiß ich habe jetzt wirklich was ist das denn hier alle warum liegt ihr ob so viel munition herum nimm mir die atombombe warum nicht boone soll mir recht sein du hast munition tragen das da das hier das aber eine sache will ich noch sagen wir voraus planen durch meine wissen vom spiel aus ne untergeschützfähig noch nicht gehen der wäre zu weit dein arsch gehört mir dein arsch gehört mir ja nimm das nimm das nimm das nimm das Okay, die haben ein bisschen Schnauze gedreht. Scheiße. Sprache erhöhen, Medizin müssen erhöhen, Falschen erhöhen, Wissenschaft, Dietrich, und weit noch höher. Oh, ich habe den Rest davon hoch, Wissenschaft. Okay, so das war's. Okay, das war's. Okay, so war's.